Mit der Ehrung der Wettbewerbssieger hat Lauchemers Bürgermeister Mirko Buhr am 16. Juni die Ausstellung zur Gestaltung des Schlossparks eröffnet. An dem von der Stadt ausgelobten Wettbewerb hatten sich zehn Bürogemeinschaften beteiligt. Alle Arbeiten können nun bis zum 14. Juli im ehemaligen Speisesaal des Rathauses besichtigt werden. Die Preisträger wurden in einem Auswahlverfahren am 5. Juni durch eine Jury ermittelt. Gegenstand waren die Bereiche um die Schlosskirche, das ehemalige Schloss und die Orangerie. Sie soll erneuert und als Kaffee genutzt werden. Auch der Alte Markt und die Steinstraße sollen neu gestaltet werden. Die Jury hat der Stadt empfohlen, die Wettbewerbssieger mit den weiteren Planungen zu beauftragen.